Ihr Mieter hat gekündigt und nun stehen Sie da und müssen in Zeiten der Corona-Krise einen neuen Nachmieter finden. Leider ist das trotz der hohen Nachfrage nach Mietraum gar nicht so einfach. Denn gemäß der Bestimmung der jeweiligen Bundesländer müssen Sie, sofern Besichtigungen überhaupt noch erlaubt sind, strenge Sicherheitsmaßnahmen einhalten. So zum Beispiel muss ein Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen Personen bedacht werden. Aber wie kann man hier die Hygienevorschriften im Hinblick auf die große Zahl der Bewerber einhalten? Dazu habe ich folgende Lösung für Sie. Vor einer Besichtigung sehen sich die Interessenten zuerst einmal einen 360-Grad-Rundgang im Internet an. Wenn Sie dann feststellen, dass ein Bewerber starkes Interesse an Ihrem Immobilier zeigt, können Sie denjenigen auswählen und nur mit ihm eine Besichtigung durchführen. Damit wird die Zahl der Besichtigungen deutlich reduziert und Sie haben es leichter, die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Brauchen Sie Hilfe? Mein Name ist Dorothea Lehrmann von Dorothea Lehrmann Immobilien aus Mainz. Rufen Sie mich an unter 061 31 23 22 66 oder senden Sie mir eine E-Mail unter info-at-lehrmann-mainz.de. Ich unterstütze Sie gern. Vielen Dank. Vielen Dank.